alli hallo ihr lieben so jetzt möchte ich mal den stand von samstag 14 36 zeigen ein ganz kleiner einblick hier ist schon einiges weg hier ist auch schon einiges weggeräumt so jetzt kommen wir zum eigentlichen teil hier hinten alles abgebaut okay diese wand ich zeige euch das mal die hier die muss ich noch komplett abbauen es ist alles mögliche um auf den hängeschränken gestapelt weil die bleiben natürlich jetzt erst mal hängen weil die sind komplett voll natürlich hier unten alle arbeitsplatten abgebaut und auch hier jetzt erst mal gestapelt ich hoffe ich krieg es einigermaßen gut gefilmt computer ist abgebaut ja es sieht chaotisch und wüst aus und ich muss sagen ohne meinen großen sohn hätte ich das hier alles nicht bewerkstellig bekommen ich bin so unendlich dankbar das glaubt ihr gar nicht wir waren schon einige male unten im keller und ja das ist jetzt der stand kurz vor 15 uhr es folgen noch weitere abschnitte so ihr lieben als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die ganzen lieben kommentare die unter dem letzten video oder unter den letzten beiden videos gewesen sind und jetzt kommt noch der rest vom heutigen samstag wir haben es jetzt so ungefähr halb sieben und bei dem ersten teil hatte mir mein sohn noch geholfen und den rest habe ich jetzt dann alleine gemacht ich stehe jetzt hier an der balkontür und zeige euch jetzt wie es aussieht also das ist jetzt erst mal diese ecke die hattet ihr vorher schon gesehen da war die riegebswand ich habe sie abgetragen gekriegt und das ist jetzt da wo vorher mein ganzes kreativ reich letztendlich irgendwo gewesen ist die hängeschränke bleiben erst mal hängen weil die sind ja komplett voll da oben habe ich erst mal meine drucker in sicherheit gebracht weil die kriege ich eben halt auch mit der hilfe meines sohnes da wieder runter und ja da steht jetzt erst mal das ganze riebs vor dem fenster aber ich denke mal im also eventuell wird das gleiche da am montag mitgenommen oder aber der handwerker kann das vielleicht sogar noch weiter verwerten schauen wir mal ja und dann gehen wir hier rüber da steht einer von den alix kommoden das habe ich schon in dem bereich genommen der dann eben zeit arbeitszimmer sein wird da sind die beiden monitore in sicherheit da ist die balkontür von der ich jetzt gestartet bin und hier ist jetzt eben halt diese andere alex mit dem aufsatz und den maschinen und ja hier ist alles gestapelt damit dann am montag alles losgehen kann ja und wer ganz genau hingeguckt hat der sieht diese kiste hier oder tasche das ist meine kopik tasche und wenn ihr lust habt dann kann ich euch morgen den sonntag gerne mitnehmen wie ich mit meinen kopiks kollegiere das habe ich ja schon seit ewigen zeiten vor dazu mein video zu machen da ich hier jetzt mehr oder weniger das alles geschafft habe was für montag notwendig ist könnte ich mir morgen die zeit nehmen und mal ein bisschen kolorieren und das gute ist ich habe sogar in der tasche noch ein paar digistams drin weil an was anderes käme ich jetzt gar nicht ran also könnt ihr mir gerne mal runter schreiben ob ihr das gerne sehen wollt und ob ich euch auch an dem weiteren entstehungsprozess mitnehmen soll oder aber ob ihr lieber das endergebnis dann sehen wollt das kann natürlich noch eine ganze weile dauern bis das dann alles fertig ist also ja ich bin gespannt auf eure kommentare in diesem sinne fühlt euch ganz tolle gedrückt von mir ich weiß nicht ob ich die kamera gedreht kriege das werde ich jetzt mal gleich ausprobieren ey super das klappt hervorragend das wusste ich gar nicht ja also ihr seht mich jetzt wieder etwas zerstört aber total glücklich dass ich das hier so in eigen regie und mit der unterstützung meines sohnes geschafft habe ja und wie gesagt ganz herzlichen dank für eure lieben lieben worte bis dann ihr lieben ciao euer kreativ weiter